Wali bedeutet im Islam Verbündeter, Freund Gottes, Helfer, Beschützer und Heiliger. Der Begriff hat verschiedene Bedeutungsnuancen. Im Koran Vers Al-Wala, Wa-El-Bara, steht Wala für Schützer, Patron, Vormund. Wali ist jemand, dem Gott nahe ist und der selbst Gott nahe ist. Der Begriff ist nicht zu verwechseln mit dem Wali, dem Gouverneur einer Vilaya oder Vilayet. Im Osmanischen Reich war der Wali ein Herrscher, Gouverneur eines Vilayets. Er hatte damit im Osmanischen Reich den Rang eines Paschas, der einem General in der Armee gleichgestellt ist. Wali als Gottesfreund In der Sufischen Tradition steht der Begriff Wali häufig verkürzt für die Zusammensetzung Wali Allah, Gottesfreund. Der Gottesfreund nach Sufischem Verständnis ist ein Mittler und Bindeglied zu Gott. Er steht im Schatten des Propheten und kann als heiliger Wunder vollbringen, wenn er dies im Gefolge des Propheten tut. Die Funktion als Mittler und Beschützer fasst Abu el-Abbas Ahmad ibn Atta für den Gläubigen einschränkend zusammen. Mehrere Koranphase sollen die Existenz der Freunde Gottes als einer eigenen Klasse von Menschen, die über den anderen stehen, beweisen. Am bekanntesten sind die Suren 10, 62, 63, in denen es heißt. Nach verbreiteter Vorstellung bilden die Gottesfreunde zusammengenommen ein festgefügtes System hierarchisch geordneter Ränge. Innerhalb dieser heiligen Hierarchie nimmt Chit reine herausragende Position ein. In mehreren Sufischen Texten wird er als der Vorsteher der Gottesfreunde bezeichnet. Einige Sufis wie Ahmad Atta Tichani nahmen für sich in Anspruch, Siegel der Gottesfreunde zu sein. So wie Mohammed das Siegel der Propheten gewesen war. Bedeutung im schiitischen Islam Basierend auf des Propheten Mohammed umstrittenen Ausspruch, wessen Wali ich bin, dessen Wali wird nach mir Ali sein, bezeichnen schiitische Muslime zudem den Imam Ali ibn Abi Talib als Wali Allahs. In diesem Sinne aber er als einen heiligen Freund oder Vertrauten Gottes und fügen den Satz Wa Ali Wali Allah gar dem zentralen Glaubensbekenntnis der Schahada hinzu, was sie von den dies grundsätzlich ablehnenden Sunniten wesentlich unterscheidet. Die Anhänger der ersten Safavien wiederum ergänzten stattdessen Ismail Wali Allah Rolle als Heiratsvormund. Für eine Heirat nach islamischem Recht ist der Frau zwingend ein Wali als Heiratsvormund vorgeschrieben. Normalerweise ist der Vater der Wali, ist das nicht möglich, ein anderer nahe Verwandter aus der Familie des Vaters. Eine Ausnahme bildet lediglich in bestimmten Fällen die Wiederverheiratung von Frauen, die bereits geschieden oder verwitwet sind. Der Ehevertrag wird zwischen Bräutigam und Wali geschlossen. Im klassischen islamischen Recht können Vater und Großvater väterlicherseits als Wali-Mutter die jungfräuliche Frau auch gegen ihren ausdrücklichen Willen in die Ehe mit einem Muslim zwingen. Der Wali hat außerdem die Aufgabe, den Ehevertrag auszuhandeln, ebenso den Brautpreis und Morgengabe. Siehe auch!